Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr seht, ich sehe noch ein bisschen verschlafen aus. Das bin ich tatsächlich auch. Ich weiß jetzt keine Ahnung, neun Uhr morgens oder irgendwie sowas. Und ihr seht, ich bin bei Hannah, denn ich passe hier mal wieder auf den kleinen Henry auf. Hannah und Philipp sind diese Woche, oder jetzt für vier Tage glaube ich, auf Mallorca. Und solange bin ich bei dem kleinen Fratz hier. Und damit es einfach für ihn die gewohnte Umgebung ist und all sowas, bin ich einfach bei denen in der Wohnung und habe ihn jetzt nicht mit zu mir genommen. Hätten wir mir eh keinen Sinn gemacht. Also Leonie ist auch dieses Wochenende nicht da. Also diese Woche jetzt nicht da. Also macht es auch nicht so viel Sinn, dass ich da bin. Für so macht er keinen Unterschied. Genau. Jetzt werde ich mir gleich erstmal Frühstück machen. Ich war gleich schon draußen mit dem Kleinen und habe ihm Frühstück gemacht. Und dann muss ich mir noch einkaufen und nachher kommt auch Luisa noch. Wir haben einiges vor dieser Tage und ich muss die Zeit auch sehr jetzt produktiv sein. Ich muss ganz viel arbeiten und ich muss auch noch meine Uni machen. Ich muss meine Abgaben fertig bekommen und ich muss lernen, weil in einer Woche habe ich meine erste Prüfung, meine erste Klausur. Wenn ihr dieses Video seht, ist glaube ich nur noch ein Tag bis zu meiner Prüfung, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich schreibe nämlich Rechnungswesen als erstes. Ich bin mal sehr gespannt, weil eigentlich kann ich kein Rechnungswesen. Ich dachte auf jeden Fall, ich nehme euch einfach jetzt die Woche wieder ein bisschen mit, damit ihr nochmal einen kleinen Einblick in mein Leben so bekommt. Und jetzt auch gerade in der Prüfungsphase und Henry will hier schon wieder ganz viel spielen. Das mache ich dann auch nicht mit ihm. Genau. Ich werde auch demnächst auch wieder zu Philipp fahren. Ich habe ein paar Sachen geplant, also nehme ich mir einfach ein bisschen mit. So, wir haben es schon um einiges später. Ich bin wieder in meinem allerersten Look. Luisa hat hier noch ihren zweiten an. Wir haben auf jeden Fall jetzt beide zwei Outfits geschultet und meinen Mantel habe ich aufgegeben. Ich bin richtig froh. Wir sind, wie ihr sehen könnt, am Gendarmenmarkt. Henry ist auch mit dabei. Kleine... Okay, tschüss. Einfach tschüss. Henry, bleib hier. Henry, komm her. Ja, wir waren produktiv. Wir waren sehr glücklich. Und ich freue mich mega auf die Bilder. Die sind recht gut geworden. Also, was wir uns jetzt schon kurz angeguckt haben auf dem Handy, äh, auf der Kamera, war mega geil. So, wir haben bei Stadtsalat bestellt. Oh mein Gott, ich freue mich, weil ein Musikkartoffelbrownie für Luisa. Cesar. Danke. Und ich habe mich in eine Bowl selber zusammengestellt mit, was hat das euch alles reingemacht? Brokkoli, Gurke, Feta, Rind und da drunter sind irgendwo eigentlich auch noch Kartoffeln. Und Luisa hat sich auch noch einen Salat bestellt. So, Freunde. Training war erfolgreich. Ich konnte ja nicht so viel filmen, weil ich die Kamera an sich nicht mit hatte und mein Speicher war dann von der Handykamera voll. Aber, ja, passiert. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall fertig und dann gehe ich essen. Luisa bleibt noch so lange da, geht mit Henry und ist dann nachher auch noch da, wenn ich komme. Mensch, das ist schon fast eine WG hier. Das ist echt toll. Ähm, genau. Das ist der Plan für heute Abend und ich freue mich jetzt auf Essen, aber Training war sehr, sehr gut. Gute Morgen, ihr Lieben. Wir haben es bereits, keine Ahnung, halb neun oder irgendwie sowas. Sind auch schon eine Weile wach, gehen aber jetzt erstmal Frühstück holen. Ähm, was heißt, wir gehen jetzt einkaufen, weil hier jetzt nichts ist und wir waren auch schon produktiv. Wir haben schon E-Mails geschrieben und all sowas. Und heute ist auch wieder ein sehr voller Tag bei uns. Wir gehen auf ein Event. Ich muss noch zum Abend und wir haben sehr, sehr viel geplant. So, wir haben es schon ein bisschen später. Wir sind sehr fleißig beim Arbeiten auf jeden Fall schon. Wir haben gefrühstückt, liegen jetzt hier alle auf der Couch und arbeiten. Lisa ist auch da und Henry. Ja, so sieht jetzt eigentlich die ganze Zeit unser Formel-Shop aus. Wir müssen nachher noch ein Video drehen, weil ich ein Video mit Lisa machen wollte. Also, ja, das Video kommt dann auch bald. Ich glaube, es ist das Video nach diesem Vlog. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Irgendwann muss ich alles noch ein bisschen planen. Aber ja, wir kommen auf jeden Fall bisher ganz gut voran. So, meine Lieben, ich habe mich lange nicht gemeldet, aber draußen tatsächlich so windig, dass es einfach viel zu laut. Aber ich stehe jetzt hier gerade mit Luisa und Maja. Wir gehen jetzt zu einem Event. Ich war gerade beim Amt. Ich bin offiziell Valinerin. Ich habe mich umgemeldet und ja, mal gucken, was uns beim Event jetzt erwartet. Ich habe mich umgemeldet und ja, mal gucken, was uns beim Event. So, wir haben es einige Zeit später. Ich habe tatsächlich nichts gemacht seit dem Event. Außer nur noch ein paar Formalitäten geklärt. Ich muss aber immer noch weiter arbeiten und ich muss immer noch lernen. Und stattdessen gucke ich Netflix-Tüße Prime. Ich habe nämlich wieder angefangen, vier Vlogs zu gucken, weil ich finde die Serie einfach richtig gut und dachte so, ja, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich glaube vor zwei Monaten nur so mit dem zweiten Staffel fertig gewesen. Die dritte gibt es ja noch nicht auf Prime, ohne zu kaufen. Und das will ich nicht. Also gucke jetzt einfach nochmal von vorne. Da ich sowieso gar keine Serien habe, die ich irgendwie gucken will, weil Sabrina bin ich durch. Denver, klar, geht immer noch nicht weiter. Wo war der, bin ich soweit durch und sowas alles. Also keine Ahnung, ich warte jetzt halt darauf, dass Haus das Geld ist und sowas weitergeht. Und hoffe auch, das ist bald. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall aber noch Essen gemacht. Und zwar gibt es jetzt ein Rest der Essen. Hier ist noch ein bisschen Brokkoli drin, ein bisschen Rind, ein bisschen Kartoffel von meinem Stadtsalat von gestern, was übrig geblieben ist. Und dann hat es mir jetzt einfach hier noch ein paar übrig gebliebene Niochis angebraten. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben heute Donnerstag, ist es auch schon, wie spät ist es? Halb elf. Ich bin aber auch schon seit acht wach, habe aber gefühlt nichts geschafft, außer noch ein paar Unterlagen fertig machen und mit Henry Gassi gehen. Und dann schreibt Hannah, wie sie sagt mir ganz doll, ja, das ist ja der letzte Tag, sie kommen heute Abend zurück. Und ich nur so, hä, ihr kommt doch erst morgen? Nee, Hannah kommt schon heute Abend. Und das habe ich voll verpennt. Irgendwie, ich dachte irgendwie, sie kommen nur am 31. zurück. Aber nein, sie kommt schon am 30. Und das heißt, ich muss jetzt Flixbus umbuchen, diese Willigkeit, weil ich war halt am Samstag zu Philipp gefahren nach Rostock. Und jetzt kann ich jetzt schon morgen Abend zu Philipp fahren und deswegen muss ich mich jetzt darum erst mal kümmern. Und dann muss ich mich heute unbedingt noch ans Lernen setzen. Ich muss heute auch unbedingt noch ein Video drehen, was dann morgen online kommen soll. Ich wollte mich meine Jahresfavoriten auch endlich mal abdrehen, weil es ist einfach schon jetzt Ende Januar. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, aber mache ich dann auf jeden Fall. Also der Vlog kommt ja nach dem Jahresfavoriten online, also verlinke ich es euch einmal hier oben. Beziehungsweise ich verlinke es euch auch nochmal in der Infobox, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt. Und ja, Luisa kommt vielleicht später auch noch vorbei. Wir wollen zusammen ein Video drehen, wir wissen aber noch nicht, ob wir es schaffen. Aber heute Abend gucken wir auf jeden Fall GNTM zusammen. Ich bin super gespannt, weil heute fängt halt GNTM ja wieder an. Und ich habe es Ewigkeiten nicht mehr so richtig doll verfolgt. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, das mal wieder zu gucken. So Freunde, ich habe mal wieder bei Stadtsalat bestellt und Henry will hier auch schon, aber das ist mein Essen. Gott, was gibt es heute? Ich habe mir Schabatta bestellt. Dann hier mein Zwieser-Dressing. Und ich habe mir einen Uppsala-Salat selbst zusammengestellt. So, ihr seht, das sieht richtig gut aus. Also ich finde Stadtsalat einfach nur geil, deswegen zeige ich es euch. Ich habe jetzt hier Rind mit Walnuss, Granatapfel, Brokkoli, Kartoffeln, Karotten und hier drunter ist dann noch Rucola und Blattspinat. Das Ganze lässt mich jetzt natürlich schmecken und ich habe natürlich auch immer noch nichts weiter getan. Also ich habe ein bisschen was gemacht, aber noch nicht so viel, wie ich hätte machen sollen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin schon erwähnt habe. Luisa kommt heute nicht mehr, sie schafft das nicht mehr. Also drehen wir das Video dann demnächst irgendwann, aber ist jetzt auch nicht das Problem. Also das ist absolut nicht schlimm und ja, das dann esse ich jetzt und dann fange ich mal an, mein Video für heute, äh, für morgen zu drehen. Guten Morgen, ihr Lieben, wie ihr seht, ich bin fertig gemacht und ich bin auch wieder bei mir zu Hause. Äh, gestern Abend sind Philipp und Hannah schon zurückgekommen. Ich hatte irgendwie voll im Kopf, dass sie erst morgens, äh, heute zurückkommen, aber hatte dann doch noch alles geklappt mit Aufräumen und Sonstiges. Und jetzt muss ich auch unbedingt bei mir zu Hause aufräumen, denn es sieht hier aus wie im Chaos. Ich habe Gott sei Dank meinen großen Koffer, den ich jetzt bei Hannah mit hatte, schon ausgeräumt und ein bisschen hier noch das letzte bisschen in der Wohnung sauber gemacht, bevor ich dann nachher losfahre. Ich packe jetzt auf jeden Fall aber erst mal meine Sachen hin und ich gehe jetzt noch zu Sport. Ich trage schon meinen Sport-Oberteil, ich gehe jetzt mit Kilian trainieren und darauf freue ich mich so doll einfach, weil ich so Bock habe auf Training und das schon seit Tagen machen wollte. Und heute schaffen wir es endlich. Und genau, dann muss ich nachher auch ganz viel noch machen und dann fahre ich schon nach Rostock. So, für mich geht es jetzt gleich los. Ich habe jetzt auch gerade mein Video online gestellt, was heute online gegangen ist. Also schaut gerne vorbei bei meinen Jahresfavoriten 2019. Auch wenn ich weiß, ich bin wirklich spät dran. Koffer hast gepackt, ich war noch duschen. Bin also jetzt frisch für Rostock. Ich wollte tatsächlich eigentlich sogar ein bisschen mehr filmen beim Workout im Gym, aber erstens ist es auch voll und dann bin ich so und ich habe auch mit dem Handy, wenn auch nur die eine Szene da gefilmt. Aber ich muss auch erst wieder so ein bisschen reinkommen. Klar, ich trainiere jetzt wieder mehr, hoffentlich. Also zu Hause mache ich es ja schon, aber jetzt noch nicht ganz so viel im Gym, aber komme ich auch wieder hin. Und gerade bei Armübungen habe ich halt noch nicht so die Ahnung davon, worauf ich halt achten muss und was da gute Übungen sind. Da kenne ich mich halt eher bei Beinen aus. Ich habe heute mit Kieren aber ein Ganzkörpertraining gemacht, also am Po gemacht, Bauch, Beine, Rücken, Bizeps, Trizeps und Brustmuskeln. Ja, ich glaube, das war es so. Aber falls ihr Lust habt, dass ich euch mal mehr beim Sport mitnehme oder vielleicht auch sogar, wenn ich sie dann irgendwo mal drin habe, so eine richtige Workout-Routine abfilme, dann schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare. Ich hätte auch irgendwie Bock drauf und ich wollte auch irgendwie demnächst mal so eine Get Fit With Me-Reihe machen, so auch als eigene Motivation, von wegen ich mache wieder mehr Sport, ernähre mich wieder besser, gesünder. Und es kommt tatsächlich auch bald ein Rezept-Video online, also wartet ab, da poste ich auch noch ganz viel. Es war nämlich auch angefragt, dass ich Essensvorschläge für die Uni euch zeige. Das werde ich auch auf jeden Fall jetzt in der Ferien dann machen. Und ja, ich würde sagen, jetzt paue ich doch schnell mein Laptop ein und dann muss ich ja fünf Minuten auch schon los. Guten Morgen, ihr Lieben. Wie ihr seht, ich bin gut in Rostock angekommen. Wir haben es mittlerweile auch schon mittags und wir sind jetzt auf dem Weg zu Ikea. Keine Ahnung warum, aber eigentlich haben wir nichts zu tun. Und ich habe noch einen Gutschein. Und deswegen gucken wir einfach mal rum, auch wenn es extrem voll jetzt schon ist. Weil es ist Samstag und der Parkplatz ist komplett voll und es regnet auch noch, deswegen geht alle zu Ikea. Also Freunde, Ikea war ein kompletter Fail des Jahres im März. Ich glaube, ich war noch nie so kurz mal am Leben bei Ikea. Es war wirklich so voll, also wenn man schon irgendwie in Berlin sagt, oh der Ikea ist voll. Nee, dagegen ist Rostock halt gerade gar nichts gewesen. Soll ich die Bettwäsche kaufen? Bin ich dann liegen gelassen, weil es war noch so voll anzustellen. Ich habe auch nichts gegessen. Aber naja, dann gehe ich irgendwann anders nochmal zu Ikea. Ich will auf jeden Fall jetzt einkaufen, wir machen heute Abend im Spieleabend. Da haben wir vielleicht schon einiges gekauft und ja, jetzt gehen wir gleich mal Mittagessen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. There's never an option for you